Die Wettershow. Es wird regnerisch, nur im Nordwesten bleibt es trocken und nur in Osttirol zum Beispiel kann es das eine oder andere Sonnenfenster geben und die Schneefallgrenze, die befindet sich zwischen 1500 und 1800 Metern. Schauen wir uns das im Detail an. Im Westen, wir sehen sehr viel Regen mit im Spiel und weiterhin sehr frische Temperaturen mit gerade einmal 13 Grad Höchsttemperatur. Im Osten ein ähnliches Bild, hier ist es sogar noch etwas kühler, da kommt es über die 12 Grad nicht hinaus und sehr viel Regen ist ebenfalls mit im Spiel. Wie schaut es in den nächsten Tagen aus? Da ist wieder Besserung in Sicht. Ab morgen wird es wieder wärmer und die Sonne setzt sich durch im Westen und im Osten. Ist es ähnlich bis zu 14 Grad morgen, sogar 15 Grad dann am Montag? Auf jeden Fall ist es mit dem nassen Wetter wieder für einige Zeit vorbei.